Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation, Einführung und Erläuterung meiner Analysen und Grafiken zu öffentlichen Daten rund um die Covid-19-Erkrankung. Mein heutiges Video ist nicht nur die Präsentation neuer Analysen zu den Daten aller Schweizer Kantone. Es ist das Angebot, mit Hilfe dieser Materialien in einen offenen Dialog mit Politikern, Parteien, Behörden zu gehen und sie zur Diskussion auf vielen Ebenen zu nutzen. Alle Daten liegen in dem gewohnten Präsentationsformat wieder zum Download in meinem Telegram-Kanal bereit. Neu ist aber auf vielfach geäußerten Wunsch ein zusätzliches druckbares Layout mit Erläuterungen zu jeder einzelnen Grafik sowie Fragen, die sich zum Beispiel an Politik und Medien aus den Analysen ergeben. Auch dieses Dokument ist im PDF-Format in meinem Telegram-Kanal zu diesem Video verlinkt zu finden. So soll dieses Video auch nur eine kurze Erläuterung zu diesem großen Dokument bieten, das ausschließlich auf den Daten des BAG und des Bundesamtes für Statistik beruht. Fühlt euch ermutigt, die Materialien für Auseinandersetzungen und Diskussionen als Informationsquelle zu nutzen, damit aus Glaubensstreitigkeiten reale Sachdiskussionen werden können. Es gibt aktuell sehr viele neue Erkenntnisse, die Fragen aufwerfen und nach offiziellen Antworten rufen. Und vielleicht kann der rational aufbereitete Sachhintergrund zur Klärung dieser Fragen einen kleinen Beitrag leisten. Wie immer sind in beiden Dokumenten die Kapitel im Inhaltsverzeichnis sowie die Wappensymbole auf den Seiten miteinander verlinkt, um euch schnell zu den gewünschten Informationen zu führen. Hier noch kurz die Übersicht über die verwendeten Quellen des BAG und des Bundesamtes für Statistik mit Stand vom 3. August 2021. Jeweils fünf Grafiken und Tabellen bilden den Kern der Analysen, die in dieser Form für jeden einzelnen Kanton zu finden sind. Mit den Kurven auf dieser ersten Folie werfen wir einen Blick auf das Sterbegeschehen seit Januar 2021, das die entscheidende Kernaussage zur Einschätzung einer aktuellen Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in der Schweiz ermöglicht, die sich ja in den Sterbezahlen widerspiegeln müsste. Die rote Kurve zeigt den aktuellen Verlauf der wöchentlichen Sterbezahlen insgesamt an, wie sie vom Bundesamt für Statistik wöchentlich veröffentlicht werden. Die grüne Linie zeigt den durchschnittlichen Verlauf der fünf Vorjahre vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die ersten drei Wochen bilden noch den Ausklang der winterlichen Übersterblichkeit des Vorjahres, fallen dann aber lange Zeit merklich unter den Vorjahresdurchschnitt ab. Und auch die am unteren Rand dargestellten Covid-19 zugewiesenen Todesfälle senken sich bis an die Nulllinie. Die blauen Säulen im Hintergrund stellen die Fallzahlen dar, auf die sich die Inzidenzen beziehen, die jeweils als Kriterium für Maßnahmen herangezogen werden. Nur zeigt deren Wellenverlauf keinerlei Auswirkung auf das Sterbegeschehen. Wirft man einmal einen Blick auf die entsprechenden Kurven der Kantone, hier Zürich oder hier Bern oder hier Luzern, fällt es geradezu als Charakteristikum auf, dass die Fallzahlen in den Kantonen exakt zum selben Zeitpunkt ansteigen und wieder abfallen und in allen Fällen keine Relation zum Sterbegeschehen festzustellen ist, was ich hier schon vorwegnehmen will. Als nächstes folgt eine tabellarische Auswertung der Sterbezahlen für die inzwischen verfügbaren ersten 29 Wochen des Jahres 2021. In der drittletzten Spalte sind die absoluten, aktuellen Zahlen den grau hinterlegten Covid-19 zugeschriebenen Sterbezahlen gegenübergestellt. Die rechte Spalte zeigt den Mittelwert der Vorjahre aus 2015 bis 2019. Eine erste Auswertung der Sterbezahlen geschieht in den beiden unteren Zeilen, in dem die Sterberate pro 1000 Einwohner ausgerechnet und aus dieser eine Rangfolge gebildet wird. In der Schweiz liegt die aktuelle Sterberate also im 7-Jahres-Vergleich auf dem zweitbesten sechsten Rang, was auch die vorher gezeigten Kurvenverläufe widerspiegelt, die ja langfristig unter dem Vorjahresmittel lagen. Eine weitere Auswertung in der unteren Tabelle schließt sich an, in der der Anteil der Covid-19-Toten an den Gesamtsterbezahlen hinterfragt wird. Da bereits im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt 563 Menschen weniger verstarben, ergibt sich, wenn man die Covid-19-Toten herausrechnet, eine unvorstellbare Zahl von 3.122 Todesfällen, um welche die übrigen Todesursachen in diesem Zeitraum gesunken sein müssten, was der üblichen Sterbezahl von ca. drei Wochen etwa entspräche. Aus diesem Datenstand ergeben sich klärungsbedürftige Fragen an das für die Überwachung der Pandemie zuständige Gesundheitsministerium zu diesem unerklärlichen Abfall der übrigen Todesursachen wie Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Auswertungen der Daten und vorformulierte Fragestellungen, die sich zum Beispiel ans BAG richten könnten, findet Ihr in der Druckversion, die als mögliche Diskussionsanregung und Vorlage genutzt werden könnte. Es folgen so dann zwei Klassiker aus meinen Analysen. Gerade habe ich mit einem Statistiker über seine Auswertungen der Schweizer Daten diskutiert und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass seine Sterbekurven alle irgendwo inmitten eines großen Kurvenanstiegs abgerissen waren. Ich konnte ihn erfolgreich für meine veränderte Perspektive, nämlich die saisonale Betrachtung des winterlichen Sterbegeschehens, gewinnen. Betrachtet man ein Kalenderjahr von Sommer bis Sommer, also hier von Kalenderwoche 27 bis Kalenderwoche 25 des Folgejahres, ist immer der winterliche Gipfel des Sterbegeschehens im Ganzen erfasst, egal zu welchem Zeitpunkt er beginnt oder endet. Es ist immer im Sommer ein neuer Tiefpunkt erreicht. Somit erfassen wir bei der nun folgenden Analyse das gesamte dramatisch hohe Sterbegeschehen vom Oktober 2020 über den Januar 2021 bis Ende Juni 2021 insgesamt. Zur Zahl der sogenannten Wellen, über die immer wieder hitzig gestritten wird, ergibt sich hier eine andere Sicht, denn in den grünen Maximalwerten der Vorjahre versteckt sich um Kalenderwoche 9 bis 11 die sogenannte erste Welle, die den Abschluss der letztjährigen Saison 2019-2020 bildete. Auch der letzte Winter 2020-2021 hielt nur eine aber sehr ausgeprägte Übersterblichkeitswelle bereit, die nun aber im Gesamtverlauf zu sehen ist. Eine Besonderheit ist die orangefarbene Kurve, bei der die Covid-19-Toten von den Sterbezahlen in Abzug gebracht wurden. Von Kalenderwoche 41 bis 53 ist zu erkennen, dass diese zusätzlich deutlich über den Vorjahresmaximalwerten liegen. Es bedarf zu dieser Phase der dringenden Klärung, welche weiteren Todesursachen zu dieser zusätzlichen markanten Übersterblichkeit geführt haben. Die Tabelle auf der folgenden Folie fasst im oberen Drittel die Sterbezahlen der Altersgruppen im soeben beschriebenen saisonalen Zeitraum vom Juli eines Jahres bis Ende Juni des Folgejahres zusammen. Nach wie vor ist die absolute Zahl der Verstorbenen in den oberen drei Altersgruppen die höchste im Zeitraum ab 2010. Im mittleren Drittel erkennt man aber, dass hier große Wachstumsraten der Einwohner von über 30% zu verzeichnen sind. Erfasst man somit die prozentualen Sterberaten, erkennt man, dass diese für jede Altersgruppe jeweils in einem sehr charakteristischen Bereich liegen und es bleibt nur in der Gruppe der über 90-Jährigen ein schlechtester erster Rang, der auch das so hohe Sterbegeschehen des letzten Winters vollumfänglich beinhaltet. Die Sterberate von 25,2% liegt dabei nur um 0,1% über dem Wert von 2012-2013 und 0,2% über der noch als schwere Grippewelle in der Schweiz bekannten Saison 2014-2015. Eine Gesamtbewertung lässt sich nun altersbereinigt durchführen, indem die Prozentwerte gewichtet nach der Größe der Altersgruppe im Jahre 2021 als Gesamtequivalent zusammengefasst werden. Hier liegt der Winter 2020-2021 auf einem fünften Rang im unteren Mittelfeld der bis elf reichenden Skala. Epidemiologen bestätigten mir in der Diskussion das Phänomen, das nach einer Phase der Übersterblichkeit eine Untersterblichkeit folgt, die statistisch zu einem Ausgleich führt. Das hohe, winterliche Sterbegeschehen hat somit das starke Anwachsen der ältesten Bevölkerungsgruppen zum Hintergrund und somit sind hohe Zahlen nicht wegzudiskutieren. Aber es darf nachgefragt werden, ob die besonderen Maßnahmen zum Schutz der bealten Bevölkerung besonders zielführend waren, auch wenn sich ihre Zahl aktuell durch die Untersterblichkeit prozentual wieder etwas senkt. Für mich stellt sich angesichts zahlreicher eigener Erfahrungen, die ich bei der aktiven Begleitung Sterbender erfahren durfte, die Kernfrage, welche Möglichkeit unter den Maßnahmen der Pandemie bestand, die letzten Wünsche der Sterbenden zu erfüllen und häufig benötigte wichtige Gespräche führen und liebevolle Zuwendung zeigen zu können, um einem langen Leben einen friedvollen Abschied zu gewähren. Auch die Zeit zuvor sollte den Lebenseindrücken und Erinnerungen zugewandt und nicht von Angst und Dauerpräsenz von Sterbegedanken geprägt sein, worum sich Seelsorger und Hospize in liebevoller und professioneller Weise seit Jahren erfolgreich kümmern. Der letzte Folientyp stellt die Entwicklung der Intensivbettenbelegung für jeden einzelnen Kanton dar. Auslastung hellgrün im Vordergrund, Covid-19-Patienten rot, sonstige Belegungen blau und freie Betten grün ergeben in der Summe die Gesamtkapazität, die nicht konstant verläuft, sondern im Verlauf der Pandemie deutlich abfällt. In der kleinen Tabelle lassen sich die Eckdaten für den Zeitraum ablesen. Die durchschnittliche Auslastung liegt mit 66,4% deutlich unter dem Bereich, der für den wirtschaftlichen Betrieb von Intensivbetten erforderlich ist. Die anfängliche Maximalkapazität von 1570 Betten wurde auf aktuell 865 Betten um 44,9% reduziert, was erneut Anlass für Rückfragen oder Diskussionen sein könnte. Ähnliche Tendenzen haben auch in Deutschland inzwischen Einzug in ausgiebigere Berichte, auch in Leitmedien sowie bei Expertenbefragungen in Bundestagsausschüssen gehalten. Eine Kurve aus dem größten Kanton Zürich mag hier ein weiteres Beispiel für die beschriebene Entwicklung bieten. Hier betrug die Veränderung der Kapazität 54,4%. Einige Auswertungen fassen die Ergebnisse der Kantone am Ende zusammen. Hier wird beispielsweise deutlich, dass 13 der 26 Kantone trotz Corona im ersten Halbjahr 2021 im Vorjahresvergleich bereits in der Differenz der absoluten Zahlen im negativen Bereich liegen und 19 Kantone im 7-Jahresvergleich mit Bestwerten der Sterberaten pro 1000 Einwohner zwischen Rang 5 und Rang 7 aufwarten können. Diese Resultate stellen sich geografisch wie folgt dar, wobei Thurgau und der Kanton Zug noch eine problematische Gesamtentwicklung zeigen. Näheres hierzu findet man dann in den Analysen der jeweiligen Kantone. Auch die Veränderungen der intensivmedizinischen Versorgung sind tabellarisch zusammengefasst. Die letzte Folie schlägt als neues Thema die aktuellen Daten zum Fortschritt der Impfkampagne an, wobei sich erneut Fragen und Diskussionsstoff aufwerfen im Hinblick auf die Impfung von minderjährigen Kindern unter 10 Jahren, für die es weder in der Schweiz noch in Europa eine Impfzulassung gibt. Somit abschließend noch einmal der Blick auf das neue Druckformat mit Hintergrundinformationen und Fragestellungen für eure persönlichen Studien, Recherchen und Nachfragen. Ich hoffe euch mit dieser Arbeit wieder neue Inspirationen und Anregungen für eure eigenen Nachforschungen gegeben zu haben. Wie immer gilt, dass nicht meine Gedanken, Bewertungen oder Vorschläge, sondern eure eigenen Erkenntnisse Anliegen meiner Arbeit sind. Wenn euch dieses Video und meine Arbeit gefallen, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und tretet der Telegram-Gruppe Real Hero bei, um künftig über weitere Updates und Videos informiert zu werden. Ich danke für eure Geduld und eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss. und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.